ein shirt? was ist denn... was kommt denn hier zum vorschein alles, ne? leckofunny da kommen ja einige dinge, ne? so, was haben wir denn? der trapdoor, die wollen wir nicht. was ist das? flint, flint ist gut. feuerzeug. wow, wir haben eine höhle gefunden. hallo? ich weiß nicht, ob wir hier reingehen sollten erst mal, ne? ob wir das sein lassen sollten wobei... ja, komm, nehmen wir mit! ich meine, werden wir schon eine höhle finden. da hat sich das meinen ja gelohnt dann, oder? wow! wow! kohle! kohle brauchen wir eh wieder neue. jetzt können wir keine fackeln mehr herstellen. deswegen nehmen wir die mal mit. weil ohne kohle keine fackeln, ohne fackeln keine kohle. deswegen, wir brauchen eigentlich alles, was wir finden. ist halt immer so ein Zwiespalt, ne? wieso? ich denke gerade, warum nimmt der die kohle nicht? hier ist überall marble. der gute marble. da können wir uns ja schon fast einen richtig schönen fußboden von machen. schönen marmorfußboden. machen wir doch. machen wir! machen wir! ja. ich würde sagen, wenn ich hier jetzt abschlage, dann... mit Diorit, das brauchen wir nicht. wir können hier so viel... alter Schwede, das ist nicht mehr feierlich. pf pff pf 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 ich werde jetzt auch nicht hier zu greedy werden oder sowas, he? pff pf pf nachher kommt hier irgendwas, und wir werden weggeklatscht. Obwohl, ne, wir haben ja auf Peaceful. Da sind ja noch keine Monster. Aber sobald wir das Haus fertig haben, schalten wir halt das Peaceful aus. Dann ist es nicht mehr so Peaceful. So, weißt du was? Wir werden jetzt erstmal ab nach Hause gehen. Denn ich denke mal, das reicht erstmal. Naja, das ist schon, was wir jetzt hier haben, das ist echt extrem viel, was wir wieder gesammelt haben. Und da hat sich das Meinen auch meiner Meinung nach gelohnt. Oh, es ist auch sogar Nacht. Können wir ja schon hier, ne? Einmal, zack, zack. Dann... Ja, hier haben wir ja auch schon verbrannte Kohle, ne? Können wir eigentlich auch wieder... Achso. Das geht nicht. So, warte mal. Wir hatten irgendwo noch Deckbrot. So. Den Marble, den tun wir da rein. So. Haben wir da. Dann haben wir hier noch Kohle davon. Verbrennen wir mal den. Beziehungsweise... Geht mir doch die... Hälfte. So. Dann können wir den nämlich da reinpacken. Okay. Und wir gehen dann in der Zeit... Oh, eine Runde schlafen. Oh. Oh. Dann geht auch schon die Sonne wieder auf. Was wirklich hervorragend ist. Okay. Er brennt die Kohle down. So, wir haben jetzt da genügend... Um uns eine... Neue... Hacke zu bauen. It's time to farm. Den Achievement, den hatten wir zwar, glaube ich schon. Aber okay. Den hatten wir den noch nicht. Entscheint wohl nicht. Das Achievement hatten wir anscheinend noch nicht. So wie es aussieht. Wow, wow, wow. Was? Man kann Kavotten nicht anpflanzen? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen, oder? Als ob man die nicht anpflanzen kann? Hier ist wohl irgendein Ender-Portal in der Nähe. Ich weiß, glaube ich, warum. Ich weiß, weswegen. Weil wir kein Wasser... ...Zufuhr haben. Weil, wenn wir dem nämlich ein Wasser-Zufuhr geben würden... ...was wir machen müssen... ...das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, wir brauchen die Eimer. ...wenn wir die Eimer noch haben sollten. Ja, wir haben sogar noch einen mit Wasser drin. Hervorragend. So, okay. So, was können wir... ...was können wir wegschmeißen? Was brauchen wir nicht? Das Gneis brauchen wir erstmal nicht. Einmal und zweimal. Und dreimal. Was ist das, wenn ich es jetzt hier rausnehme? Okay. Hervorragend. Leute, ich kann nach jedem dritten Ding... ...immer wieder neu schöpfen. So. Ah. Schön, herrlich, brausam. Man nannte ihn, den Farmer. Aber weil er nichts hingekriegt hat, ging alles ein. Okay, das ist jetzt... Das sind die Gras-Samen. Die Gras-Samen, was labere ich da? Okay. Nein, jetzt habe ich alles platt gemacht. Egal. Egal. Der Ertrag, den wir dort raus erzielen, wird größer sein. Deswegen ist dies halb so schlimm. Da baubere ich jetzt einfach mal. Okay. Wir brauchen mehrere. Definitiv. Das war... Das liegt bestimmt jetzt hier wieder an diesem Voodoo-Musik, weißt du? Wir brauchen mal drei Stück. Ähm... So, komm her. Zack, zack, zack. Ähm... Was brauchen wir denn gerade nicht? Komm, wir lassen das Holz mal liegen. Bei meinem Glück sind die jetzt schon wieder... Zu? Nee, doch nicht. Okay. Ich bin der schlechteste Farmer, den es, glaube ich, gibt auf der Welt.